Wie man ein Projekt in Google Cloud Plattform löscht In diesem Video zeige ich, wie man die Spracheinstellungen in Google ändert. Als nächstes zeige ich, wie man ein Projekt korrekt löscht. Das bedeutet, die Instanz zu löschen, dann die IP zu löschen und zuletzt das Projekt zu stoppen. Ändern der Spracheinstellungen in Google Google Cloud Plattform unterstützt nicht alle Sprachen. Die Sprachen, die Google unterstützt, sind Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Protegesisch, Chinesisch, Koreanisch und Japanisch. Google Cloud Plattform unterstützt nicht die Sprachen Russisch, Hindi oder andere Sprachen. Klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte und gehen Sie zu Einstellungen. Gehen Sie zu Sprache und Region. Klicken Sie dann auf Sprache. Wie Sie sehen können, gibt es Google nicht in jeder Sprache. Es gibt sie in Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Französisch, Koreanisch und ein paar anderen asiatischen Sprachen. Übersetzung Hier liegt das Geld. Wählen Sie nun Ihre bevorzugte Sprache aus und klicken Sie auf Speichern. Wie Sie sehen, hat sich alles in die gewünschte Sprache geändert. Um alles wieder zu ändern, machen Sie einfach das gleiche wie eben. Bitte klicken Sie auf Abonnieren. Danke. Ein Projekt löschen Wenn Sie nicht weiterhin für die Website und IP, die Sie nicht verwenden, abgerechnet werden möchten, dann müssen Sie es löschen. Gehen Sie zu Compute Engine, dann VM-Instanz. Jetzt gehen Sie auf die rechte Seite der Instanz, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen. Möglicherweise müssen Sie die Seite aktualisieren, um zu sehen, dass sie wirksam wurde. Wenn Sie die alte IP-Adressen nicht löschen, wird Google Ihnen weiterhin eine Abrechnung dafür in Rechnung stellen. Also, gehen Sie zu VPC-Netzwerk und klicken Sie auf Externe IP-Adressen. Wie Sie sehen können, Sie können nur die IP löschen, die keiner Instanz mehr zugeordnet ist. Wenn die IP-Adresse einer Instanz zugeordnet ist, dann kann sie nicht gelöscht werden. Jetzt, klicken Sie auf die IP, die Sie löschen möchten, und oben rechts, klicken Sie auf Statische IP-Adresse freigeben. Um ein Projekt zu löschen oder zu beenden, klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte. Gehen Sie dann auf den letzten Punkt. Dort steht Projekt-Anstellungen. Gehen Sie auf dieser Seite ganz nach oben und klicken Sie auf Herunterfahren. Kopieren Sie, wie hier zu sehen, die Projekt-ID, und fügen Sie sie in das Feld ein. Klicken Sie dann auf Herunterfahren. Damit wird Ihnen mitgeteilt, dass das Projekt stillgelegt ist und in 30 Tagen vollständig gelöscht wird. Wenn Sie zum Dashboard zurückkehren und oben auf Projekt auswählen klicken, sehen Sie, dass das Projekt verschwunden ist. Wenn du dieses Video magst, dann abonniere es, damit YouTube es noch mehr Leuten zeigt. Und dann abonniere es, damit Sie sich in die Mitte.